Sora hat seine Welt erledigt, aber es bleibt immer noch Riku übrig. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance 2.8 HD Remix. Im letzten Part hat Sora seine Stadt Traverse abgeschlossen, aber Riku ist immer noch übrig. Ein Sturzdämpfer, warum nicht? So. Wir haben gesehen, dass Riku Angst hatte für irgendeinen Kundennutten-Typen, den wir nicht kennen. Und ich denke mal, diese Cutscene werden wir auch erleben. Und zwar wahrscheinlich genau jetzt. Bin ich bereit? Ah, nicht wirklich. Aber machen wir es. Ich bin bereit. Schickie. Nein, Leute. Wie hast du hier gekommen? Wer bist du? Bei Wahl oder Chance, du kannst nicht kontrollieren, was du nicht bewusstst. Dieses Wackless Sleep wird dein Prism, um zu wandern. Was bedeutet das? Riku, nicht hör zu dieser Puck! Schicchi wird gut sein. Sie hat mir gesagt, wassup. Hoodie hier hat das ganze Ding aufgestellt. Er hat gesagt, dass Schicchi zurück in unsere Welt zu bringen, und du warst die Kosten für die Reise. Yo, das ist wirklich eine halbangehörige excuse für eine Mission. Ich glaube, du bist sogar nicht ein Reeper. Okay. Wer bist du? Warte! Ich bin wirklich sorry, Riku. Es ist okay. Beat, sieh sie. Ich habe das, Yo! Okay, er wollte es uns nicht sagen, wer er ist. Und da kommt einfach mal so ein halber Kistenklopper und will auf die Fresse gekloppt werden. Okay, er fliegt. Sehr schön. Wiii! Angriff! Ja, wo bin ich? Und Angriff! Oh, guck mal, er ist verwirrt! Finde ich ja ganz gut. So kann ich ihn wenigstens ein bisschen treffen. Nicht so ganz. Alter! Was muss man denn hier machen, um den Gegner mal zu treffen? Aha! Das anscheinend. Ich mache ihn fertig! Mann! Komm her! Hier, er hat seine Hände abgemacht. Was ist das denn? Was machen die Hände denn da? Guck sie dir an! Sie nehmen sich einfach Palmen und greifen damit an. Cool. Was zur Hölle? Der hat seine Hände einfach abgemacht. Was geht denn bei dem? Ist der krank? Der hat sogar vier. Hat er nicht nur zwei Hände? Was ist hier eigentlich los? Denke ich mir auch gerade. So, jetzt hat er nur noch zwei. Jetzt habe ich die Anomalie beseitigt. Und jetzt habe ich sie wieder raufbeschworen, weil er jetzt wieder nur noch eine hat. Und zack! So, schön erwischt. Oh, da ist er! Zack! Und Elektrosturz! Und Icarus! Sehr schön! Doppel Link! Oh, öffnen erst mal. Das ist wichtiger. Oh, er hat seine Hände zurück. Komm her! Angriff, 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 Angriff! Ja, er ist verwirrt. Seine Hände sind mal wieder ab. Juhu! Das war doch mal ein dicker Angriff. Yeah! Das war ein guter Angriff. Und jetzt wenden wir es! Mensch, was für ein Affe, der keine Chance gegen uns hatte. Immer diese Affen. Hey, was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? So messed up man, she's right here in front of me, and I can't reach her. If your hearts are connected, you'll reach her. Rhyme. Neku. Sora. Schädelklopfer. Ja, Sora und Rico bekommen eigentlich im Normalfall, bis auf eine Ausnahme glaube ich, immer dieselbe Schlüsselschwerter. Von daher, jetzt hat auch Rico sein Schädelklopfer. In their world, something happened that brought their existence to an end. To keep them from fading altogether, I gathered up the very last remnants of their dreams, and looked for a place to give them refuge. It was then, this world appeared to answer my call, and Rhyme's dreams allowed us to reach it. Here, I thought they might have a chance, that the pieces of their dreams could make them whole again. Imagine my surprise, when I realized dreams take bodily form in this world. It struck me, by linking their dream pieces back together, maybe I could make them exist again. Maybe I could give them another chance. It can't be that simple. Well, why can't it? By ourselves, we're no one. It's when other people look at us, and see someone, that's the moment we each start to exist. All they needed was for someone to see them, connect with them. And the two of you were a big part of making it happen. Joshua, just, who are you? Let's say, a friend. Oh! Muss man nicht verstehen, glaub ich. Oh. Oh. Hm. Hm. One dream is connected to another. Which means we must choose in which sleeping world you will begin. I will return you to the Destiny Islands, just before they were swallowed by the darkness and plunged into sleep. Once dreams take you, you must let them guide you to the sleeping worlds. As there are seven pure lights, there are seven sleeping keyholes. Unlocking these will both grant you new powers, and free the worlds from their wakelessness. Complete this task, and return here safely. And I will name you both true masters. Don't even know if you are a spy dude. No. Let's go now, you know. So, they have become a skull. You know, a global light. In this case, we have to be in the place like five old people. Ooh. We are in the middle of the desert. So, we have to be seen in the dark. And we have to be seen at the hillside and windows through the 색. Schlüsselloch geöffnet. Also ist vielleicht die letzte Welt gar nicht wirklich ein schlafendes Schlüsselloch. Das finden wir wohl noch heraus. Aber wir müssen jetzt zurück und Kisten sammeln. Ich hoffe nur ganz stark, dass wir wirklich nur die hier in dem Bereich brauchen. Deswegen. Ah ja, ich muss ja noch den Schädelklopfer mit dem guten Rico ausrüsten. Cool. 7-7. Ihr werdet bemerken, dass die Schlüsse-Schwerter allgemein hier viel höhere Werte haben als in den anderen Teilen. Ich glaube in Birth by Sleep haben sie die geringsten Werte. Und hier in Dream Drop Distance haben die teilweise echt hohe Werte. Aber das werdet ihr ja noch bemerken. Ich meine schon für das zweite Schlüsse-Schwert 7-7 ist ziemlich immer wenn man bedenkt, dass in Kingdom Hearts 1 glaube ich dein Schlüsse-Schwert oder was Kingdom Hearts 2 hat, ist glaube ich 3 Angriff 4 Magie oder was? 4 Angriff 3 Magie? Weiß ich jetzt nicht. Also die Schlüsse-Schwerter hier sind alle Allgemein ziemlich mächtig. Pennt mal kurz ein, bitte. Geht ja mal gar nicht. Scheiß blöde Viecher hier. Weg mit euch. Denken wir, die können mich hier anmucken, oder was? Tschüss, Mann. Blöder Panda. Du bist der dicke, fette Panda, nicht wahr? Jetzt bist du der tote, dicke, fette Panda. So, jetzt müssen wir hier rein. Und ich werde den Part auch ein bisschen kürzer machen. Wenn ich hier mit Rico alles habe, werde ich den Part auch beenden. Weil der letzte Part so war der letzte Part, aber auf jeden Fall einer der letzten Parts, wo der 30 Minuten ging. Ich glaube der vorletzte, der war ja so lang. Und deswegen, Ausgleich muss sein. Ich werde mich jetzt auch nicht um die kümmern. Ich werde auch Screen leveln. Jetzt, nachdem ich mit beiden Travers abgeschlossen habe, werde ich mit beiden hier ein bisschen rumleveln, bevor ich die nächste Welt betrete. Oh, die Kiste habe ich ja schon geöffnet im Bosskampf. Ich vergaß. Gas. Gas ist immer wieder witzig. So. Jetzt muss ich einmal looken, ob ich auch wirklich alle habe. Das wäre natürlich formidabel. Nein, mir fehlt eine. Eine fehlt mir noch. Ach, Mann. Wisst ihr was? Da muss ich jetzt einmal kurz nachgucken, wo die ist. Das geht ja mal gar nicht. Zum Glück habe ich da meine Kurzwahl. So. Mal wieder Shaded Hearts. Shaded Hearts ist eine gute Seite. Lade schneller. Seite. Welche ist denn das eigentlich? Nach Schildkeks. So, 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 so. Ich müsste Rikos Schatztron suchen. Die sind ganz weit unten. Ich habe sie gefunden. So, nach Schildkeks. Das wären Konfetti-Bonbons und die sind in Traverse West. Auf dem westlichen Platz am Gebäude mit dem lilanen Dach. Ach so, Traverse West. Okay. Habe ich auch wieder eine vergessen. Wie mit Zora beim Postamt. Habe ich bei Ihnen Traverse West eine vergessen. Ah. Was ist das? Freundschaftsportal. Ach, Fick the Forts. Traverse West also, hm? Renn, renn, renn. Ui. Wump. Alter, das war Skill, man. Hier ist der Brunnenplatz. Warte mal, ist hier Traverse West? Ach, hier ist Traverse West. Auf dem lilanen Dach, hm? Lilanes Dach, lilanes Dach. Oh, falsche Taste gerückt. Entschuldigung. Ah, sorry, Jagibok. Das wollte ich. Das sieht lila aus. Aber das habe ich doch schon. Oder war das nicht das Dach, welches sie meinten? Oder habe ich gerade die falsche Kiste? War doch nach dem Schildkeks, oder? Oh Mann, hier lässt mir auch keine ruhige Minute, um mal hier meinen Status anzugucken. Weg da. Ne. Die habe ich ja hier schon. Und hier ist nichts. Achso. Ah, die Kiste habe ich vergessen. Natürlich. Die, die ich mit Zora geholt habe, habe ich mit Rico jetzt vergessen. Dummerweise. Ich habe nicht nachgedacht. Ah. Ne, egal. Jetzt haben wir alle. Ja, weg hier. Einmal kurz hier rein. Und dann wieder da rein. Und dann sind wir auch schon fertig. Weltkarte. Yeah. Das ging doch schnell und knackig, meine lieben Freunde. So, haben wir irgendwas noch in den Berichten? Ach, die Berichte kann ich mir von hier aus gar nicht angucken. Gut, aber wir haben 100% der Schätze. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt den Part. Im nächsten Part werde ich ein bisschen gelevelt haben mit beiden Zora und Rico. Dann werden wir uns die Berichte einmal angucken. Und dann gehen wir in die nächste Welt. Welche das sein wird, finden wir es dann heraus. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüsselichen. Tschüsselchen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020